Deathmatch Time Boys Karma würde ich schon mal auf jeden Fall bannen Karma raus, sagst du? Nee, warte mal, ich spiel die selbst Ah, im Deathmatch? Karma-Bevel ist doch super Ich glaub auch Ich würde diesen neuen Trex-Champion bannen Ja, ne? Machen wir, machen wir Oh, den will ich aber auch spielen Ja, dann firstbücken wir den, ist auch okay Blitzcrank spiel ich wie Kiana? Ja, ja, können wir machen Na gut, dann machen wir das so Warte, warte Ich spiel Kiana und Johnny Blitzcrank Okay Legende Geil, da hab ich Bock drauf Also, warte, jetzt? Oh, ich hab kein Bock Irgendwas hier richtiges zu bannen, ey Ja, Morgana oder so Morgana oder so Morgana, Sevier soll ich eh save scheiße Ich kann mal so eine Deathmatch-Teal-Liste kreieren Ja Ist ja echt so Ich bin mir ein bisschen müde Aber ich hab ja Müde am Essen Oh Mann, schönes Food-Komachin Kannst du ja immer so ein bisschen gefuttert, dass ich aufgeste habe? Sind die Blitzcrank-Changes schon da? Ne, ne Ne, ist überhaupt nicht Geil Oh, der Kaiser will ich mir raussehen, ey Schön, wenn es 19 zu 19 steht, 19. Minute, Ultimate und der Final Countdown Und ich glaub keiner sieht's, weil ich streame Und ich glaub keiner sieht's, weil ich streame Aber der cast schon Na gut Ähm Da ist der ganze Plan nicht aufgegangen Ah Ah Ich hab die auch nicht und Tim garantiert auch nicht Ah doch, ich bin auch im League-Partner-Programm Da hast du die doch auch, Kevin Cool, was ein weird Flex, Alter Ja, okay Ich hab ein Smurf, da ist mein Smurf hier Ach doch, ich bin ja im League-Partner-Programm Nehmt dann meinen Gewinnspiel-Title und gewinnt Skins Oh, Juri sind noch Skins, warte mal Ich packe die jetzt einfach mal raus Oh, ich hab flex, aber okay Wann die ablaufen? Oh, ich hab flex, aber okay Wernvernichter, Shaco 16. Juli, ja komm Hier, Leute Gönnt euch Oh man Insta-Lock, Diana Jo Kriegste Hast du grad einfach in dein Chat gepostet Jo Und dann in 3 Minuten so Hä? Jetzt Kiana Kann ich picken Tim kann seinen Jungler picken Wer will denn Kiana spielen? Kucha Ja Wer soll ich picken? Ja Tim, was willst du spielen? Welche Rolle spielst du dir eigentlich, Kucha? Bitte Wenn wir Rollswapen, ist das ja wohl logisch, oder? Kannst du auch mit Kucha, äh mit dem Triple Trade, ne? Äh, das hab ich letztes Mal gewollt Ne, ich da hin Junge, du gehst jetzt lange Was willst du da haben? Achso Ähm Äh Hopi Oh, da gibt's ja bis jetzt viele Kunde für Oh, da gibt's ja bis jetzt viele Kunde für Du kannst meine Hooks blocken, das ist schonmal gut Wie ich denn? Gar keine Idee gerade Mach mal ein paar Vorschläge Katelyn Äh Topway Was? Können wir alle mit Predator zocken? Topway 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 ist gut Predator Gang willst du machen? Glaub ich ist nicht gut Also Alistar hat letztes Mal super funktioniert, muss ich sagen Ja Joa Auch nicht Äh Noch wat? Habt ihr noch was? Ne Nicht wirklich Gern Gern Komm Also ich geh auch Predator Da seh ich mich Ich geh nur Predator Ich geh nur Predator Ich geh nur Predator Ich geh nur Predator Vorbeineh Aaaaaah Wo geht die Popi jetzt? Jungle natürlich Tja Kevin, das kann man sich aber auch denken Was sagt Summoners in eigentlich, dass du streamst? Alter, letztens Ich hab gestern ESL-Marschrift mit Muri gestreamt Wir pausieren, um einen Delay aufzubauen Und einer, dass hier einfach das Spiel pausiert Und alle Spieler warten müssen Da meinten wir so, nee, nee Die Spieler müssen nicht pausieren Dann der so, oh, hm, merkwürdig Da muss man die ESL wohl mal kontaktieren Dass das hier wohl kein offizieller Stream ist Nee, man, what the fuck Oh, I might say Spectator pausieren, alle Spieler müssen warten Zeigen kurz im Replay, Jungs Was spiel, was pick ich jetzt für Turbo? Du kriegst einen schönen Olaf So, gut Also gehen wir alle Predator? Nee, 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 nee Ich geh kein Predator Ich geh auf das Spiel dann nicht Hä, wie lange gehen wir Predator? Ich nicht Sicher gehst du Predator? Nein Also ich nicht Ich auch Hä? Ich bin das hier richtig, wir haben jetzt viermal aufs Mauer bekommen Was soll ich denn mit Predator? Ja Keine Ahnung, cool Hast du dich halt eingespuckt? Ja Alter Wettker Ganz schlag das hier Haha Du bist so geil Tim, ich liebe dich Hä? Ich würde am liebsten mit Tim Kind zeugen, ey Das wär dann klug Gut aussehend Und halt noch irgendwas, was ich als Eigenschaft hab Näh Lustig Ich bin gut at goodbyes Ich bin gut at goodbyes, tschüss Ich hab nen neuen Heidspoiler gekriegt, ja Echt? Wie schnell wird dein Wasser jetzt warm? Innerhalb von halber Sekunde Ernsthaft? Instant einfach, ja Glaube ich nicht Doch, das ist so schnell Alter, ich hab grad den übelsten Ich hab grad die übelste Marketingidee Man kriegt ja immer dieses Skincode zugeschenkt von Riot, ne? Ja Ne So Und man hat ja immer nur so 10 oder so Wenn du einfach jeden Stream die gleichen Skins verraffelst Das merkt niemand, weil die immer denken, irgendwer war schneller Oh, Alter, Genius Der Wahnsinn Ich bin einfach ne Legende Ich würd sagen, wir gehen nicht weg Du bist strafbar Du bist strafbar, lass mich in Ruhe Vor allem, weil du's jetzt gesagt hast Du bist so dumm Oh Mann Oh Mann Oh Mann Auf geht's Vertraut mir Ich hab Potion benutzt Danke Gingst du mich? Scheiße, Diamond Scrap Ja auch Ich weiß nicht, als zweiter Platz vom TFT-Tunion würde ich nicht zu laut reden Ja, hallo Hab' ich, hab' ich, hab' ich Hab' ich Hat sich der Ghost schon ausgezogen Mann, 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 ey Oh, hier Willst du noch was? Ja, 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 klar, klar Acht Sekunden Hast du nicht so Flash wehen können, Sola? Komm, hier Ich hab' schon Q gespielt Hier, hier, hier Okay, seid ihr bereit? Warte mal, ich muss eben Eben gucken, was man hat startet auf Kiana Wir hatten alle Q Wollen wir die nicht schießen? Oh, hier ist ein Set Ja, doch, klar, dann schießen wir die Auf geht's Aber rein, oder? Nicht alle, nicht alle Aber die Hälfte Ich hab' keine Hälfte, Tim Wo ist die Poppy? Äh, nein, ich start hier Dann machen wir das, Kevin Ich hock den einfach raus Hast du ein Wort da? Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht Was machen wir denn? Hoge ich den raus, oder? Nee, wir gehen da rein, und dann könnten wir Ah, ich hab' auch keine Summoner-Spells, ne? Ah, nicht bloß tot Nicht das Ding angreifen, ne? Ja, ja Ich kann die ganz schön überraschen Auf die Laue, auf die Laue, wenn's geht Auf die Laue, ne, wie hoch Ich war doch auf'n Flash, bevor ich hoch, ne? Ja doch, kein Flash, hier, kein Flash Achso, ja Ich wollt grad's sagen Weil die Trollt schon wieder, ne? Weil ich dann Klackmann hier unten Hast du dat? Wir sind moved War das hoch? Ja, es sind zehn Da bist du wohl tot Das wär' jetzt gar nicht mal so worth, Jungs Ja, wenn du da wärst, was dann? Ja, das wär's so gut Ja, aber er war halt nicht da, also Könnt ihr ihn ja nicht nachträglich blamen Das ist ja so ne Logik Ey, ich hab davor schon geblamed Ja, und jetzt geht die rein Ja, also, macht keinen Sinn Das ist sowieso Das ist ignorant Guck mal hier, Level 2-Bot Ist ja echt frech, ey Ich komm nicht so da Ich hab echt weh Guck mal, Kevin hat trotzdem Bock Ja, natürlich Und der Lee Sin, den hat er jetzt auch noch Level 2 holt er sich Und dann den Weh Ich bin gesilenced worden Der ist doch safe War nur ein Bait Sehr gut Der ist ja komplett Ja, die wollen's von Marvel-Strongs lassen Ich kann hier Flashcuen Ich kann hier Flashcuen Ja, warte, ich bin noch nicht Level 3 Jetzt Ich bin jetzt auch da, so Boah, das Lied ist richtig kacke Ich baue jetzt so richtige Montage-Schmucke Wartet mal Komme Wir haben Vision Tryards Warte, wo ist die Montage-Schmucke? Hier, Montage-Schmucke Komm, wir gehen Blue Invade zusammen Oh shit Na klar, da bin ich dabei Alter, das war gemein Ich hab grad Montage-Schmucke angemacht Ich hab gedacht, hier kann ich jupen Aber ich geh zum Blue Ich bin unterwegs, bin unterwegs Easy Easy Klasse Damit würde er jetzt nicht rechnen Aber 400 IQ incoming Kein Flash-Tipp Der Set moved, Achtung, ich kann nicht move'n Oh Ich kann nicht move'n Habt ihr gehört Ich kann nicht move'n Oh ja Raus, raus, ganz schnell raus Der Set kommt Wir müssen da irgendwie raus Ja, wir gehen da ganz oben rum Oder Jetzt kann ich move'n Wir teilen uns auch Ich bin safe Ich bin nicht safe Dimmi, ich komm' zu dir Ich rette dich, mein Sohn Das spielen wir Können wir auf Soraka? Nico Linke? Nee, ich kann gar nix hier gerade Der hat kein Shadow, der hat kein Shadow Klasse Juvielgert Sehr gut Ich hab E in 8 Die können wir auch noch killen 6 5 4 3 2 Kill mir die? Warte Warte Warte, warte, warte Wer ist denn die echte Soraka? Keine Ahnung, das sind 2 Ich roll' mal top Nee, ich bin schon unterwegs Na gut, der Double Gank Ja, aber einer muss ja auch die Wave nehmen Nee, die sind eh reingepusht Aber das ist eigentlich ein Kevin hat das Du stehst den Gameplan hier nicht Nee, nee, das ist immer, wenn ich Kevin sage, ich komme, dann cater Das ist mittlerweile ein eingespieltes Team Weißt du, Couch spielen wir so ne Scheiße hier, macht Kevin dann doppelt jemand wie nein Lass mich mal mit dir sharen Ich will auch nicht sharen Ich bin halt grad in meine Geheimwaffe Hat damals aber anders ausgesehen Nee Na gut Okay, komm mal Bot Brausius, danke dir So heiß ich gar nicht Okay Jenny Wo Space Ich auch Wenn das irgendwie ganz lustig ist Was lust hast du da? Ja, bisschen mehr Wischen würde ich mir ja schon wünschen, Jungs, ne? Mach doch Hab ja Bist du bereit, Sola, für den Play des Jahres? Nee Tim, hast du Bock auf Synergy in der Mitte? Leider doch nicht Klar Deil Aber ich muss erst Topside holen Ah, der Hook, hab ich gesehen Ja, das war gar nichts Aber die erste Miss nach dem Flash Ja, ich stehe erst mit einer Kiana Witzkram-Botlay Aber okay Daugt doch nichts Z-com-Bot, Z-com-Bot Alarm Triple Level 5 Doh mal ein bisschen Selbstvertrauen mein Junge Du bist schon ein bisschen Low, Alter Ja, was für Low Wann der das überlebt ihr? Dann push ich Ja Weiß ich nicht Okay Guck, das Million haben wir schon Somi gibt hier mehr Hooks als Obst beim Spannower Altstadtladen Komm zu dir Kann ich nichts machen Kann ich nichts machen Das macht ja übel Spaß hier Ah mein Gott Predator So mal, was ist hinten hier? Kein Problem, hol dich! Komm, wir sterben... Kann jemand jemanden importen, bitte? Riecht der nichts oder was? Z-Drop drunter mit Ult! Z-Drop drunter mit Ult! Z-Drop drunter mit Ult! Nein, verpiss dich schon. Du bist Level 3 Ach man, warum bist du denn jetzt so? Das hätt' mir easy spielen können Ich bin auch da, ich bin auch da! Ich move auch! wenn er wieder oh mein gott also blitzchen lass ich dich nicht noch mal spielen das ist war meine augen also die bluten ausmarsch wählen war ach hör doch auf um zu heute kannst du selbst kein blitzkrieg spielen ein blitzkrieg da waren noch legenden im zweiten weltkrieg über geredet kann ich verloren weiß warum hat das nicht gestunt schlechter tot wo seid ihr lang gelaufen danke polster ich vermisse ich ja irgendwie vermisst ihr mich immer beide natürlich jetzt wurde ich allein gelassen ich komme ich werde komplett gefickt vor allem noch jeder rüber meine jetzt vielleicht acht klasse bist du ja level 5 geräumt alter guter der mensch wusste fehler gemacht den man so wirklich machen kann kann sie die nicht nehmen nein ich hab nicht mal und kommen war das war das jetzt ich komme klasse da ist ein lieben oder das ist ein problem für den oder oder rein ja doch können wir oder kommen auch gewohnt ja wenn du was hast klar junge als das schon lieber ist denn los meine augen mein gott dann ist ich komme ich komme ich komme ja schön weiß ich habe ich habe nicht irgendwie damit eigentlich und gebetet jetzt hoch nur raka ist geflasht die alte sind das wort alarm kommt zu dir hoch kevin aber da geht ja ja da wo kevin ist das ist genau die richtige einstellung das war eine mucke oder warum ist hier ein pink ward am car der ist da rüber gejumpt um kevin zu ihm gehen bitte? klar da ist ja der lieb der red noch ab von dem? weiß ich nicht klasse ich muss base ich habe cp super das sieht gut aus kutcher ich habe auch der kohle zu wer der tod ja bitte kommen wir gleich ich glaube nicht komm hoch ich kann topdiven easy alle miss alarm ich komme ich komme ich komme wenn wir topdiven? ja klar oh shit nein 5 sekunden noch was? noch was? noch was? oh oh will dich nicht hören ich halte die ganze zeit zwei mitte aber diese raka kommt jetzt rum zu achten die ein fancy shit alter da ist gleich auch noch nur raka nicht du kutcher mir geht nicht gut aus ich muss die low mana hier raka ist Mist die kommt gegen mann nee ich will ihn töten ich kann dort mitte nicht mehr halten jungs da muss wer kommen kommen wir base of turrets nein die können wir nicht töten bitte Tim geh mal gegen Mil ne warum? scheiß of turrets nee wir kennen die ich gebase kommt keiner ok 9 minuten ja die gruppen mitte zu dritter ist völlig nutzlos ne solange da keiner von uns ist können die den turm so nehmen wie sie wollen ne so ist es so ist es denken die die gewinnen hier mit turrets zieht doch nicht als kill ich komm mit ghost ich komm angerauscht es sieht mal was ah die klonen sich halt immer oh das ist die echte ne ist nicht die echte ok ne moment ich dachte ob es wäre die echte ich komm mal mit du jungs oh ja papa komm ich nehm den jetzt hier in monobie 1 gleich komm bot was will ich sehen 2 level dahinter ja der baitet doch da kommt gleich ein deal oder so haste fast ich komme ich komme ich komme ja das lief super ja oh oh ja ich lasse knapp kill ich leider nicht komm ich komme ich komme ich ja kein shadow ja hm schön seht ihr alles vorbereitet war sogar wurf gute 1 zu 1 trade komm die haben aber ran gesprintet ey ich bin echt zugetraut dass die drake machen bin ich ehrlich tippe ich will was mit dir machen ich komm zu dir die drake würde ich sogar sehen ey ok wir gehen red buff der drake wäre sogar sexy und war denn drake alter du drache wäre übel nice ich glaube ich habe ich noch mit kennen ich habe gerade keine ultimate will ich nur gesagt haben guter plan zu holen oh guck mal hier hier leute nee oh alter alter ein schön haben wir immer noch genau noch da problem hier jetzt damage da keine ultis das wird jetzt nicht so gut oh ja damage kommt da noch was nein ich habe keinen schaden alter das sieht so traurig aus wie sah die da ein bisschen anders aus im letzten jo die folgen ich habe ja auch keine ult ab alter nur mit ult geht das oder was die mag über damage über damage über damage und ich habe jetzt auch noch nicht so viele items ooooh wieso nicht ja weil die ganze Zeit plötzlich in der Mitte kommt eine huken nach madagaskar sendet ja ja komm bitte kann man machen don't die natürlich nicht hook hat er doch gerade raus du speckfalte ich habe nicht hingeguckt pass auf sola ja ich bin safe jetzt habe ich ult ne ok wir rettern da jetzt gleich richtig rein ok ich werde da jetzt so mit 300 IQ ult gleich haben wir dann ja hier zack guck mal boah boah wirklich gut ich komme auf nico 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 hier ist kein flash sehste war doch was kevin oder nicht seid ihr denn alle aber hast du die jahres hinten ja ich habe eh cooldowns der hat kein ult der hat kein ult der hat kein ult der wird nicht weglaufen ooooh er hat Augen ooooh ooooh er sieht aus wie ein fronkester Game alter die töten uns alle die töten uns alle die töten uns alle nein die hat nichts eieieiei bam siehste ah tiefenentspannt die ult war doch die war doch die war doch klatsch oder nicht ja wenn war das nicht das war richtig scheiße für meine ult meine ult ja deine ult war super was da nachbeziehungs vom team da war danke ich hatte cooldowns ja aber da bist du doch gewöhnt puh puh ey so gameplan weiter rennen wir werden ok bin full build der sagt das ganze Spiel über nichts und dann bin full build attacke die alte mit gefällt mir kutscher don't do it kutscher Junge ich hab doch Moves drauf alter bitte bitte wenn die nächstes töten vor der 20 Minuten haben wir auch verloren aber das passiert dann renne ich renne ich renne ich bin auch unterwegs ich hab Flash ja dann rein rein aber hol den 2 ja hier nico der set der set der ist auf dir kutscher ich sehs doch das seh ich nicht Junge was ist das für ein hook gewesen ja das war der ich fand den gesohnt das sieht aus wie ein weiß ich nicht wie ein Rollstuhlfahrer der beim triathlon mitmachen will wieso schwirkt Johnny grad auf mich alter was soll das denn der läuft hier naja den den haben wir noch den geht rüber ich chill hier Alter ne was ist denn eigentlich los bei dir alter das ist so schlecht minimaler miss ach guck ich hab noch nie sowas schlechtes gesehen wirklich und ich spiel mit Sola der war mal ganz knapp vorbei ey der ist am Harry der hier wird der jetzt wohl hier den Charant machen haut der sich nicht oh ist weg du bist ne Soraka ah doch nicht komm mal ah ne ist wirklich ne Soraka wirklich Frost ja 3 Sekunden 2 oh shit oh shit renn 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 komm mal können wir noch spielen schön schön ja dann können wir spielen natürlich können wir spielen ja dann los ich geh fehl gleich rein aaaah helfe hab ich oh hier ist ja noch nie ja der hatte bock sehr gut du wolltest sind ich hab noch nie 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 oh na es wurde heute noch passieren Leute man muss nur die nötige ach scheiße ich bin ja richtig Geldwert ne ihr habt CP? 5? alter dein Damage ja sicher ja Felt wie Poppy kommt noch ich komme ich spacee ganz kurz das machen wir nicht Leute warum machen wir das? 40 kids vor ihr seid ja wahnsinnig seid ihr klasse ich werde die richtige lasst euch das ne leere sein postfinance helix niemand schlägt niemand schlägt mit 5 mal in Folge so jungs aber eine challenge des Tages gibt es ja noch die hat gar nicht so viel HP das ist bestimmt nicht so raka ich hab sie durchschaut ich hab sie durchschaut kein Problem ich hab Go's bin unterwegs danke schon gedorscht oder? du tiffst ein Johnny it's your time it's your time oh ja schon wieder ein Kill hat er grad getroffen? brenne? eigentlich schon ich hab einen guten Flank gleich hier ja da gehen wir rein da war noch nicht so viel Damage gerade ich komm ich komm let's go let's go rein 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 go 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 ich stell ganz viele Wards FBI open up komm da ran ich komm da ran ich hab schon wieder nen Hook getroffen ich hab kein Mana gut schon mach ihn weg ach du Liter Pot hier noch was? hier noch was? alter das ist ja der eindeutigste Deathmatch Wind den wir jemals hatten ja die können auch nichts die können auch nichts meine full ad poppy ist aber auch broken die ist gut am rasieren ich mein hier der Blitzcrank oi 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 da will ich mein Enkel noch von uns sehen oi wo kommt der SIT hier? alter okay das war jetzt aber wirklich überraschend den? wollst du? ja hehehe der geht zum Redbox der ist am Blum auch gerade hier komm er der ist bestimmt ah ne haben wir haben wir hier pass auf ja zack du Maschine ich bin halt 5000 IQ und hier ist Mitte hier 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 haben wir haben wir haben wir ich hab gesagt champ ist was für mich ich hab so Bock auf den wird gerannt er wird gerannt doch nicht weißt du kriegst dein Item fertig bevor es Ende ist? ich hab schon eins aber ich muss erstmal Base dafür das mach ich jetzt einfach nur mit Chavins Beweise ich geh bei die lange Flanke ich geh hinten dann Turret hier hinten hat ein ZZ-Rod gebaut oder das mit dem Turret ich geh da rein rein da rein da rein da voll der ist bisschen am trollen mit seinen Items kann das sein? äh Soraka hat das auch ach find ich nicht gut wenn man jetzt freut kriegen wir noch was war das übrig Tim? komm was machen wir nee da war eine Wand bleib hier bleib hier ach das war der Niko ich hab 5er Boots auf geht's und runter 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 wenn wir so ein Makro immer hätten alter wir holen mal den hab ich hast du den? aah die haben wir auch noch 10 Sekunden 10 Sekunden Voll Attacke Gut, alles raus, was ihr habt BG BG Knallt sie Ja Niemand besiegt Top hat einfach keinen Impact Ja, klasse, Leute, ne? Nächstes Mal leistet ihr aber auch ein bisschen was